Mein Name ist Oliver Schindle, ich bin Geschäftsführer einer Gesellschafter, das Unternehmen SWEETIC. Die SWEETIC ist 2004-5 entstanden und hat begonnen mit Kaubonbons und Bonbons. Und seit 2015 stellen wir eben auch Fruchtgummi her, insgesamt mittlerweile mit 500 Mitarbeitern. Gerade durch die junge Belegschaft hatte ich gedacht, werden wir in der Zukunft eine Lösung benötigen, um unsere Mitarbeiter eben auch die Chance zu geben, wenn sie Kinder bekommen, auch eine Betreuung zu haben. Ich habe gesagt, naja, vielleicht suchen wir uns einen Kooperationspartner, mit dem wir zusammen einen großen Kindergarten schaffen. Und wir haben dann das Grundstück gekauft, zentral in der Stadt. Und das DRK hat dann das Konzept entwickelt und das Gebäude draufgesetzt. Wir haben dann zusammen uns vor allem mit Arbeitszeiten und Öffnungszeiten beschäftigt, sodass das auch so ein bisschen in Schichtsystem passt. Würde es die Kita so nicht geben an sich als Betriebskita, könnten wir eigentlich unseren Job so auch gar nicht nachgehen. Mein Name ist Christoph Großmann, bin verheiratet, habe zwei Kinder und mache jetzt aktuell seit zwölf Monaten den Produktionsleiter für die komplette Produktion. Ich habe im Intranet gelesen, dass es Kindergartenplätze gibt. Ich bin natürlich mit diesen Informationen nach Hause gegangen, habe meiner Frau erzählt und wir haben dann für uns gesagt, komm, das machen wir, das Angebot nutzen wir und bin dann daraufhin am nächsten Tag in die Personalabteilung und habe da gleich unsere Tochter angemeldet. Ich bin Doreen Kurz und ich bin die Leiterin der Kita Wiesenkinder hier in Beutzenburg. Also der Träger ist das Deutsche Rote Kreuz und wir kooperieren mit der Svitec GmbH. Hier in Beutzenburg sind Kita-Plätze auch sehr rar, aber es ist eher möglich, einen Krippenplatz bei uns zu kriegen für Svitec-Mitarbeiter als in allen Kindergärten. Gerade in geburtenstarken Zeiten kann es natürlich passieren, dass ganz viele Anforderungen von unseren Mitarbeitern auf den Kindergarten zukommen. Dann wird es natürlich auch in dem Kindergarten eng, weil wir haben sicherlich eine Priorität über diese Zusammenarbeit, aber es sind natürlich nicht unendliche Plätze. Dann ist es wichtig, dass man natürlich eine Perspektive, einen Ausblick gibt. Über die direkte Kommunikation mit dem Kindergarten zu sagen, so in drei, vier Monaten wird es eine Möglichkeit geben, eben dass du dann auch einen Platz bekommst und dann im Gegenzug auch wieder zurückkehren kannst ins Unternehmen. Wir haben immer für die Vorschulkinder aus der Kita einmal im Jahr einen Betriebsrundgang. Die gehen durch die Produktion, dürfen dann natürlich auch mal vom Band naschen. Das ist für die natürlich ein Highlight. Also die Augen, die leuchten, die strahlen, die sind so inspiriert. Ja, die sind fassungslos. Wir haben natürlich einmal die Kooperation mit dem Kindergarten zusammen. Dann haben wir die Möglichkeit, Mutterschichten einzuführen, damit eben Mütter die Möglichkeit haben, doch auch vorzeitig wieder zurückzukommen zum Job. Wir bieten Ferienfreizeiten zusammen mit dem Süße Hilfe e.V. an. Gerade in den Sommerferien sind die Kindergärten ja reduziert nur auf. Ich denke, alle reden vom Fachkräftemangel. Und dann ist ja immer die Frage, was tue ich dagegen? Es hilft ja nicht zu sagen, oje, oje, wie kriege ich denn Fachkräfte und wo kommen die denn her? Daher ist es essentiell, in der heutigen Zeit verschiedene Themen auch aufzunehmen. Und gerade ein Thema ist Familie. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Wir sind Familienunternehmen. Das ist unsere Zelle und letztendlich ja auch für alle Unternehmen muss eigentlich das Ziel sein, hier Lösungen zu finden, dass Mitarbeiter auf der einen Seite in der Lage sind zu arbeiten, stressfrei zu arbeiten, vor allem auch die Kinder stressfrei in der Betreuung zu bekommen. Dann sind beide in Harmonie, dann passt das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.